Nach Statinen, die man bei erhöhtem Cholesterin nimmt. So eine schöne Zeichnung, die er da hat. Hat er die selber gezeichnet? Nee, Spaß, weil der Dr. Weigel macht eine super Arbeit. Ich mag den voll. Deswegen habe ich von dem auch so öfters mal Videos, wo ich darauf reagiere. Heute geht es um die Protonpumpen im Inhibitoren. Pantoprazole, Omeprazole. Hast du auf jeden Fall schon mal gehört, kriegst du, wenn du Kortison nimmst, meistens mit verschrieben. Die sollen dir helfen. Das klingt auch so super so. Oder Magenschutztabletten, das schützt deinen Magen. Aber macht es eigentlich dann auf lange Sicht dann doch nicht. Weil wir brauchen Magensäure zum Verdauen. Und wenn wir die nicht haben, dann öffnen wir Tür und Tor für alle möglichen Erkrankungen, die man sich nur vorstellen kann. Da sprechen wir ein bisschen genauer drüber. Deswegen weiter. Zu den weltweit am häufigsten verordneten und nach allgemeiner Einschätzung auch zu den deutlich zu häufig verordneten Medikamenten. Ganz, ganz wichtig. Zu häufig verordneten Medikamenten. Allein in Deutschland wären fast eine Milliarde Euro jährlich mit Protonpumpenhemmern umgesetzt. Weltweit mittlerweile über 14 Milliarden Euro. Zusammengefasst. Monetas, 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 Monetas. Ich sag's immer wieder. Natürlich steckt hinter der ganzen Gesundheitsgeschichte ein riesengroßes Business. Und da gibt's Leute, die wollen natürlich Kohle machen. Die denken natürlich nur an ihr Business. Und deswegen werden da auch ganz gerne mal hier und da vielleicht an ein paar Rädchen gedreht, um natürlich noch mehr Medikamente zu verkaufen, auch wenn es vielleicht nicht so dolle ist oder nicht wirklich darauf fokussiert, den Patienten wirklich zu heilen oder zu helfen. Ich will mich aber, ich will mich aber um Gottes Willen nicht in irgendwelche Verschwörungstheorien hier rein katapultieren, wo es darum geht, dass jeder Arzt ja nur daran interessiert ist, dich krank zu machen. Ich glaub eher, dass es ein systematisches Problem ist und der einzelne Arzt definitiv Menschen auch helfen möchte, nur ihm da auch die Hände auf eine gewisse Art und Weise gebunden sind. Ärzte dürfen nicht mal wirklich Ernährungsratschläge geben, ohne ihre Lizenz aufs Spiel zu setzen. Die müssen nach ihren Richtlinien arbeiten und nicht zu selten, habe ich in Büchern, die Ärzte geschrieben haben, gelesen, wie unzufrieden die mit dem System an sich sind und wie gern die das ändern wollen würden, aber nicht können, weil die sonst ihre Existenz aufs Spiel setzen. Und deswegen gibt es ganz viele Ärzte, die dann noch ein bisschen einen Schritt weitermachen und sich weiter informieren und dann diese Schiene verlassen. Aber wir gucken mal weiter hier. Gibt es einige Stimmen in der Fachliteratur, die sagen, zu oft, zu lange und zu hoch dosiert. Und das muss man auch immer sehen. Es ist niemals, dass es die Wissenschaft gibt und die Meinung der Wissenschaft, sondern es gibt immer in diesem Feld auch Leute, die das absolut kritisieren, zurecht kritisieren, hinterfragen und auch sagen so, ey Leute, ey, das Pandoprazole, Alter, ihr könnt das nicht so oft verschreiben, Mann. Das ist nicht wirklich gut. Das kannst du einfach immer wieder machen. Antibiotika ist die nächste Sache. Wird auch viel zu oft verschrieben, ohne dass man auf die Langzeit-Nebenwirkungen im Endeffekt guckt, sich sein Darmmikrobiom durchzuschießen oder die Magensäureproduktion zu hemmen, das kommt halt mit hohen Kosten auf lange Sicht. Was sind Protonenpumpenhemmer und wofür werden sie eingesetzt? PPI steht für Protonenpumpeninhibitor. Das beschreibt auch schon, was diese Medikamente tun. Sie blockieren die Protonenpumpen im Magen. Wer zeichnet diese wundervollen Sachen? Und diese Pumpen, die sorgen im Körper letztlich dafür, dass es zur Bildung der nützlichen, aber auch aggressiven Magensäure kommt. Dafür sind diese Pumpen sehr wichtig und die werden blockiert, die werden gestoppt. Die Magensäure brauchen wir ja, um unsere Nahrung zu verdauen, aber auch um schädliche Bakterien abzuwehren. Gerade das Thema auch schädliche Bakterien abwehren, da kommen wir auch gleich noch drauf. Magensäure brauchen wir, um Bakterien abzutöten. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Natürlich, um die Nahrung zu verflüssigen, das ist auch ganz wichtig, dass die in den Dünndarm kommt, also überhaupt, damit die in den Dünndarm kommen kann, muss die flüssig sein, weil das der Magen sonst gar nicht durchlässt. Und das Dritte ist, es werden durch diese Magensäure, wird im Endeffekt, werden verschiedene Nährstoffe umgewandelt. Würde man dir den Magen entfernen, dann hättest du ein riesengroßes Problem, verschiedene Nährstoffe aufzunehmen. Gerade Vitamin B12, da braucht man den intrinsischen Faktor dafür und sowas. Und andere Mineralstoffe, die können nur richtig aufgenommen werden, wenn die Magensäure stark ist. Da kommen wir nicht um die Problematik Sodbrennen drumherum, das Thema. Ein wichtiges Buch, was ich da jedem empfehlen würde, der sich dafür interessiert, ist Ein Lob auf die Magensäure. Ein Lob der Magensäure oder sowas. Da wird das alles genau beschrieben, was da im Endeffekt die problematische Situation ist. Weil uns wird gesagt, Sodbrennen ist, da ist zu viel Magensäure da. Das ist aber nicht richtig, weil Jugendliche produzieren die meiste Magensäure und die haben keinen Sodbrennen, sondern da muss eine Störung vorliegen mit dem oberen Verschluss vom Magen. Und wenn das vorliegt, dann kann die Magensäure hochschießen und so weiter. Und jetzt kommt der Punkt, wann kann man solche Störungen bekommen? Wenn wir zu wenig Magensäure haben. Wenn zu wenig Mineralstoffe aufgenommen werden. Wenn es mit dem Vagus Nerv Probleme gibt. Also auch, wenn man gestresst ist zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht manche Menschen gibt, die zu viel Magensäure produzieren. Aber das gehört definitiv nicht zu dem größten Teil der Leute, die Probleme haben. Deswegen, wir brauchen eine starke Magensäure. Und auch wenn die, wie da gerade gesagt hat, aggressiv ist. Der Magen hat eine eigene Schleimschicht, um sich dagegen zu schützen. Ich meine, das machen wir seit Millionen von Jahren. Das ist ja nicht doof. Der Magen ist ja nicht doof. Und jetzt plötzlich die Magensäure rauszunehmen, kann wirklich dazu führen, dass da so eine Imbalance von Nährstoffen kommt. Und dass einfach weniger Magensäure auch produziert werden kann, weil die richtigen Stoffe nicht mehr aufgenommen werden können. Das ist wirklich hochgradig tricky. Und dann haben wir zu wenig Magensäure. Und dann können Bakterien plötzlich in Bereiche, wo sie nicht hin sollen. Es ist eine ungenügende Verdauung da. Es kommen Proteine in den Dickdarm, die nicht dahin gehören. Da kann Leaky Gut entstehen. Dann können diese Proteine in die Blutbahnen. Dann kommt eine Immunreaktion natürlich. Die muss ja erfolgen, wenn sowas passiert. Und somit öffnen wir, und ich wiederhole mich da jedes Mal wieder, Tür und fucking nochmal Tor für alle möglichen Erkrankungen. Alleine, wenn schon im Magen nicht genügend Magensäure da ist, dann begeben wir uns auf das Minenfeld der Erkrankungen. Durchaus sinnvoll also. Wichtig unsere Magensäure, sonst hätten wir die ja nicht. Normalerweise haben wir auch eine Schutzschicht, die unseren Magen auskleidet und die Zellen davon natürlich schützt, selbst verätzt zu werden. Das ist die Magenschleimhaut. Problematisch wird es dann, wenn dieses Gleichgewicht ins Wanken kommt. Wenn also zu viel Magensäure oder zu wenig Schutz produziert wird, wenn unsere Magenschleimhaut vielleicht verletzt ist. Und das kann bei bestimmten Erkrankungen in der Fall sein. Eine Infektion mit dem Bakterium Helicobacter pylori zum Beispiel. Da kommen wir direkt auf Heliobacter pylori. Das ist eine sehr häufige Infektion, nicht häufige Infektion, aber häufig, wenn Leute Probleme haben mit dem Magen-Darm-Trag, dann kann es sein, dass es da eine Infektion gibt. Und witzigerweise, ironischerweise, kann man diese Infektion mit genügend Magensäure bekämpfen. Nur ist es halt so, dass wenn die Magenschleimhaut schon richtig angegriffen ist, dann kann es halt einfach sein, dass es hier echt nicht gut anfühlt und dass da Magensäure wirklich kontraproduktiv sein kann. Deswegen ist, wie er schon gesagt hat, es ist eine Balance, die man wieder erreichen möchte. Erstmal wieder vielleicht eine Heilung der Magenschleimhaut schaffen mit Magensäure in Hippitone und dann aber wieder gucken, dass man die Magensäure wieder stärkt, damit die Balance wieder geschaffen werden kann. Eine gastro-oesophageale Refluxkrankheit, kurz GERD auch genannt, oder auch eine Geschwürbildung im Magen, eine Ulkusbildung. Und hier hilft... Alles auch Sachen, die von zu geringer Magensäure kommen. Wie gesagt, Lob der Magensäure ist ein Top-Buch, was das angeht. PPIs, den Magen und auch die Speiseröhre vor weiteren Schäden durch die Magensäure zu schützen. Und gerade die Speiseröhre, wenn da immer wieder die Magensäure hochkommt, kann das zu Speiseröhrenkrebs führen, der wirklich sehr, sehr schlecht und gefährlich ist. Auch werden Protonenpumpenhemmer sehr oft zusammen mit höher dosierten Schmerzmitteln aus der Gruppe der NSARs verordnet. Der Klassiker wäre hier eine Ibo 600 und ein Magenschutz. Und die PPI, die sollen dann die Nebenwirkungen des Ibuprofen abfangen, die ja ganz oft sind Magenprobleme. Ibuprofen und andere NSAR hemmen nämlich die Produktion der Magenschleimhaut. Und die schützt uns ja, wie ich gerade gesagt habe, vor der Magensäure. Oft muss man dann die PPI schon prophylaktisch mit dem Ibuprofen zusammen einnehmen. Wer mehr über die Nebenwirkungen von Ibuprofen einmal wissen möchte, der schaut sich gerne einmal dieses Video dazu an. Es ist halt, ich will da, ich will nicht in die Verschwörungstheorie gehen. Ich will wirklich nicht. Aber guck mal, da ist ein Medikament und da brauchst du ein anderes Medikament für. Das ist einfach eine klassische, also wenn du wirklich herzloses Business machen möchtest, das ist die perfekte Art und Weise. Du brauchst ein Medikament, das hat Nebenwirkungen, brauchst ein anderes Medikament für die Nebenwirkungen, welches wieder Nebenwirkungen hat, wo du wieder ein Medikament für brauchst. Ja, wirklich ganzheitlich ist das nicht. Und ich glaube auch, ich glaube an dieses System halt selber absolut gar nicht. Also natürlich müssen diese Medikamente, wie ich immer sage, auf kurze Sicht, müssen die manchmal sein, damit man erstmal wieder okay ist. Aber es klingt halt einfach schon von der Logik her nicht so doll. Wirst du mir wahrscheinlich zustimmen bei der ganzen Geschichte. Manche Patienten nehmen die Magenschutz-Tabletten auch bei einfachem Sogbrennen ein, weil sie bis zu einer bestimmten Wirkstärke nicht verschreibungspflichtig sind. Wichtig zu wissen ist hier, Protonpumpenhemmer sind für einen langfristigen Effekt gedacht. Wenn sie also jetzt gerade spontan Sodbrennen hätten, wären diese Medikamente die falsche Wahl. Der volle Effekt tritt nämlich oft erst nach zwei bis drei Tagen ein. Und da ist das Sodbrennen, das man jetzt einfach so mal bekommt, ja wieder weg. Hoffentlich zumindest. Sie wirken einfach nicht schnell genug, nicht sofort. Im ganz akuten Fall. Zur Anwendung sollte man auch noch wissen, so eine halbe Stunde vor dem Essen sollte man die einnehmen. Klassischerweise eine Tablette vor dem Frühstück. Wenn die Beschwerden eher nachts auftreten, kann es auch sinnvoll sein, die Tablette abends einzunehmen. Auch da gilt dann aber wieder vor dem Essen einnehmen. Es gibt verschiedene Wirkstoffe unter dem PPE. Die gängigsten und ältesten sind Pantoprazole und Omeprazole. Wichtig zu wissen ist, Omeprazole kann mit einigen Medikamenten in Wechselwirkung treten. Zum Beispiel sollten Sie nicht Klopidogrel und gleichzeitig Omeprazole einnehmen. Klopidogrel, wann bekommt man das? Typischerweise zum Beispiel nach dem Herzinfarkt. Weil letzteres, das Omeprazole, die blutgerinnungshemmende Wirkung des Klopidogrel schwächt. Soweit einmal zum Profil der PPE. Jetzt gehe ich genau auf die Gefahr durch diese Medikamente ein. Welche Gefahren diese Medikamente haben? Längere Einnahme als nötig. Bevor ich jetzt auf die einzelnen langfristigen Nebenwirkungen eingehe, lässt sich schon einmal ganz klar sagen, Protonpumpenblocker, Protonpumpenhemmer werden häufig zu lange eingenommen. Man hat dann nicht mehr richtig den Cut, man nimmt sie einfach immer weiter. In Krankenhäusern werden sie oft Patienten verordnet, die einige Tage ja da bleiben müssen und zum Beispiel vor einer OP stehen. Da will man auch nicht, dass es auch eine Beschwerden mit dem Magen gibt etc. Das macht man, weil diese Patienten Schmerzmittel ja oft erhalten oder gestresst sind und Stress ein auslösender Faktor für eine Überproduktion der Magensäure sein kann. Hmm, da sagt er jetzt was, was ich so nicht in meiner Recherche bislang sehen konnte. Dass es zu einer Überproduktion von Magensäure kommt. Sondern eher, wenn man es uns auch anguckt, kannst du auch auf Wikipedia einfach mal eingeben, ein autonomes Nervensystem, da siehst du zwei Seiten, da siehst du zwei Modi, in denen unser Körper laufen kann. Kampf und Flucht und Ruhe und Verdauung. Und wenn wir ein Kampf am Fluchtmodus sind, der Stressmodus, da wird die Magensäureproduktion gehemmt. Da kommt es also nicht zu einer Überproduktion, sondern da kommt es zu einer zu geringen Produktion. Was dazu führen kann, wie ich vorhin schon beschrieben habe, dass im Endeffekt Sodbrennen auftreten kann in erster Linie. Dass es dann, wie gesagt, dadurch zu Problemen mit der Verdauung im Magen kommt, zu Reizungen usw. Und dass im Endeffekt der Pylorus, der Schließmuskel oben an dem Magen nicht mehr richtig funktioniert. Deswegen, vielleicht erkläre ich das nochmal ein bisschen genauer, aber da habe ich eigentlich genau das Gegenteil bislang in meinen Recherchen. Dann für einen Magenulkus etc., das will man natürlich alles vermeiden. Und deswegen bekommt man dann fast schon standardmäßig einen Säureblocker von dazu. Das ist auch richtig so. Das fällt mir nochmal gerade was dazu ein. Schon der William Beaumont, der 1830, 40 hat festgestellt, wir haben nur eine gewisse Menge an Magensäure. Also wir können pro Mahlzeit nur eine gewisse Menge ausschütten und da gibt es ein Hormon, was das regelt. Das ist Gastrin. Da wird immer die ganze Zeit geguckt, ist der Magensäure pH, ist der top oder ist der flop? Und wenn er zu niedrig ist, zu hoch ist, sorry, dann wird noch bei danach produziert, ist er zu niedrig, dann, oder niedrig genug, dann wird die Produktion gestoppt. Und die Sache ist, dass es sein kann, dass wenn wir zum Beispiel zu viel trinken, wenn wir essen, zu viel essen, gestresst sind und so weiter, dann kann es auch sein, dass die Magensäureproduktion halt drüber ist. Da wird jetzt zu viel ausgeschüttet, oder es muss zu viel für die Drüsen ausgeschüttet werden, damit der Magen-pH-Wert überhaupt erstmal passt. Weshalb dann diese Magensäuredrüsen im Endeffekt auch auf eine gewisse Art und Weise ausbrennen. Das wird dann bedeuten, dass beim nächsten Mal nicht genügend Magensäure da wäre. Da wäre dann vielleicht mal eine Pause beim Essen, eine gute Idee, vielleicht mal einen Tag Fasten oder sowas, um das wieder ein bisschen aufzufüllen. Krummeln von Magen ist immer so ein Zeichen, dass alles top ist, dann ist wieder der Magen bereit zum Essen. Deswegen nochmal zu der Überproduktion, sorry, glaube ich nicht so richtig dran. Dann ist es eher so, dass wir dann zu wenig haben und dadurch dann die Probleme kommen, die dann mit zu viel Magensäure assoziiert werden. Weil im Allgemeinen gilt der Sodbrenner als eine Überproduktion. Und ich stehe hier, wie gesagt, mit dem Buch Lob nach Magensäure, stehe ich dafür, das ist nicht eine Überproduktion. Das ist zu wenig Magensäure. Das sollte man auch machen, damit es nicht zu gesundheitlichen Problemen etc. kommt. Stichwort hier ist Stress-Ulkus-Prophylaxe. Häufig aber passiert es dann, und das ist ganz wichtig, dass Patienten denken, sie müssten auch nach ihrer Entlassung die Protonenpumpenhemmer weiter einnehmen, weil darüber oftmals gar nicht geredet wird, weil das ja irgendwie nur so kleine Nebentabletten sind, Smarties quasi. Und da ist natürlich dann auch der behandelnde Hausarzt gefragt, liegt eine wirkliche Indikation für den Säureblocker vor oder nicht? Gibt es einen Grund, die länger zu nehmen? Ich kann mich nicht mehr wirklich genau daran erinnern, aber ich habe eine ganze Weile lang Mesalazin genommen. Und ich habe immer so eine riesengroße Packung bekommen mit so 500 Tabletten oder sowas. Das hat wirklich lange Zeit genommen. Und ich bin auch der Meinung, dass ich bei Azathioprin das auch mit dazu genommen habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich bin der Meinung, dass ich das lange Zeit auch genommen habe, über einen längeren Zeitraum. Und da braucht man sich nicht wundern, dass man dann trotzdem wieder Probleme bekommt, wenn man die ganze Zeit die Magensäure runterdrückt. Das ist natürlich keine gesunde Geschichte. Das ist wirklich crazy. Dass das so gehandhabt wird, musst du echt aufpassen. Also wenn du gerade das Zeug nimmst, sprich mit deinem Arzt, ob du das wirklich nehmen musst. Das Zeug ist nicht dolle. Selbst bei einer bestehenden Indikation sollten Protonenpumpenhemmer nicht länger als 8 Wochen lang eingenommen werden. Dann zumindest sollte man es mal wirklich hinterfragen. Das geht aus einer Empfehlung der amerikanischen Biersliste hervor. Ausnahme sind demnach nur Risikopatienten, die zum Beispiel Cortison oder NSAR wie Ibuprofen dauerhaft einnehmen. Was ja auch mega kacke ist, wenn du dauerhaft Cortison einnehmen musst. Ich spreche oft mit meinen Klienten, Entschuldigung, darüber und manchmal kriege ich so Sachen, ja ich muss dann erstmal so ein halbes Jahr Cortison, warte mal, ganz kurz nochmal, du hast ein halbes Jahr Cortison genommen, durchgängig. Ja, das muss halt ganz langsam ausgeschlichen werden und muss wieder erhöht werden. Also über eine ganz lange Zeit gibt man was in den Körper, was wirklich starke Nebenwirkungen auch haben kann, ohne dass da in irgendeiner Form mal drüber gesprochen wurde, was kann man denn eigentlich tun, um diesen Nebenwirkungen vielleicht auch ernährungstechnisch entgegenzustellen und so weiter. Oder ja, auch bei den Magensäureblockern, so was kann man denn machen später, wenn man aufhört, die Sachen zu nehmen. Oder bei Antibiotika, was kann man denn dann noch machen, um die Darmflora wieder in die richtige Richtung zu bekommen. Und früher wurde zum Beispiel bei Antibiotika auch immer gesagt, so ey, wenn du fertig bist mit der Einnahme, dann fang mal bitte an, hier Joghurt zu essen zumindest. Meistens hat Joghurt, wenn du den im Laden kaufst, ist der tot, brauchst du auch so aktiven Joghurt, am besten machst du den selber. Ich bin großer Freund von Kefir, habe ich auch Videos auf meinem Kanal. Aber da gab es wenigstens noch Ratschläge, wenigstens am Ende, dass du noch wieder in die Balance zurückkommst. Und nicht so wie heute, nimm das Zeug und dann, äh, tschüss. Deswegen, ja, sprich da mal mit dem Arzt, wenn du das Zeug so nachher einnehmen musst. Wenn du das Sodbrennen dauerhaft haben, auch in der Selbstmedikation, sollte man Protonenpumpenhemmer nicht unreflektiert einnehmen. Und das ist oftmals auch ein großes Problem. Maximal zwei Wochen lang, nicht länger. Bestehen weiterhin Probleme, wie jetzt Sodbrennen in Verbindung mit Magenschmerzen, dann sollten sie sich an einen Arzt wenden und herausbekommen, was die Ursachen dahinter sind. Man kann ja nicht die Protonenpumpenhemmer nehmen, um irgendwie die Symptome zu reduzieren, aber löst das Problem, also die Ursache überhaupt nicht. Ja, ein Wort, was halt in der heutigen Medizin überhaupt nicht gerne gesagt wird, Ursache. Weil meistens ist die Ursache eine Sache, da kann man nicht, da kann man keine Medikamente für verschreiben. Damit kann man nicht wirklich Geld verdienen. Es passt nicht wirklich in das System, in dem wir gerade sind. Ursachen sind Sachen, die ich ganz interessant finde. Und ich spreche ja immer wieder über Ernährung, Physiologie und die Psychologie. Und die Psychologie ist somit der größte Faktor, den ich so herausgefunden habe bei der ganzen Geschichte. Für mich persönlich hat sich das so ergeben und für viele meiner Klienten auch. Da ist der Anfang. Da fängt es an. Nicht mit der Ernährung, nicht ich habe was Falsches gegessen und dann kamen die Probleme, sondern was war in der Zeit, als du das gegessen hast? Was war da psychologisch vielleicht los? Welche Stressoren waren da gerade da? Freiheitsverlust, Kontrollverlust, Sinnlosigkeit und Ungewissheit. Was war da los? Gab es da Konflikte mit anderen Menschen und so weiter? Und meistens kommen wir dann drauf, jo ey, da gab es wirklich sowas. Und meistens ist dann so eine Sache, wo dann gesagt, ich habe mich wieder schlecht ernährt. Als wenn das einfach aus dem Nichts passiert. Also heute, da esse ich mal ganz schlecht. Nee, manchmal ist man ganz schlecht, in Anführungsstrichen schlecht. Ohne Maß oder Sachen, wo man eigentlich wissen, die vertragen man vielleicht nicht gut oder die sind vielleicht nicht gesund, die haben keine Nährstoffe und so weiter. Das machen wir, weil wir Stress haben. Das müssen wir auch hinterfragen. Warum mache ich, gehe ich diese Handlung ein? Und da gibt es einfach Faktoren wie Stress. Da ist einfach mal stressige Zeit und dann, ach, jetzt brauche ich mal was Süßes zum Beispiel. Ich kenne das selber sehr gut, sehr, sehr gut. Zucker ist ein super Mittel gegen Stress. Einfache Energie für den Körper. Osteoporose-Gefahr. PPI stehen immer noch in der Diskussion, den Knochenaufbau zu beeinträchtigen und das Risiko für Knochenfrakturen Osteoporose zu erhöhen. Kurzfristig eingenommen ist das, wie gesagt, kein Problem. Das wirkt sich ja nicht sofort auf die Knochen aus. Aber bei dauerhafter Anwendung schon. Weil gewisse Mineralstoffe durch Säure umgewandelt werden können, ansonsten können wir die nicht richtig aufnehmen. Das gibt sehr wahrscheinlich mit Kalzium an der Kalziumaufnahme Probleme. Magnesium, alle möglichen Mineralstoffe, die man sich vorstellen kann, die wichtig sind, brauchen Säure, um richtig umgewandelt zu werden. Und dann brauchen wir dann auch Vitamin A, D, E, K, brauchen wir auch den Körper zu bilden. Und da hast du dann damit auch noch Probleme, das aufzunehmen. Müssen auch umgewandelt werden und so weiter. Deswegen, Langzeiternammer ist echt tricky. Man vermutet, dass PPI die Aufnahmen von Kalzium und oder Vitamin D3 auch beeinträchtigen. Beides sehr wichtig für den Knochenaufbau. Genauso geht man übrigens davon aus, dass Vitamin B12 und Magnesium durch PPI in geringem Maße aufgenommen werden können. Die Mechanismen dazu hat man bisher zwar nicht eindeutig nachweisen können. Viele Übersichtsanalysen kommen aber zu der Beobachtung, dass das Frakturrisiko, also einen Bruch zu bekommen vom Patienten, die dauerhaft PPI einnehmen, erhöht ist. Zum Beispiel in dieser Studie einmal aus dem Jahr 2015. Bedeutet also für Sie, bringen Sie als Patient ein hohes Frakturrisiko mit oder haben Sie bereits Osteoporose. Sollten Sie bzw. Ihr Arzt sich fragen, sind Säureblocker wirklich notwendig? Überwiegt der Nutzen oder vielleicht doch das Risiko? Sollen die PPI trotzdem eingesetzt werden? Ist es wichtig, regelmäßig die Kalzium- und Vitamin D-Spiegel zu überprüfen? Soweit mein Tipp einmal dazu. Wobei es auch immer tricky ist mit Kalzium im Blut. Und bei Vitamin D wird auch nicht wirklich die aktive Form gemessen. Beziehungsweise wird dann die inaktive Form da einfach supplementiert. Da habe ich immer so ein bisschen noch Schwierigkeiten. Manchmal aus Bluttests kann man gar nicht so genau Sachen bestimmen, wie sie eigentlich wirklich sind. Zum Beispiel auch mit Eisen sage ich immer öfter mal. Dass Eisen, der Wert im Blut gar nicht so ausschlaggebend ist oder aussagekräftig ist, weil Eisen im Gewebe eingelagert werden kann. Es kann sein, du hast viel zu viel Eisen im Körper, was da oxidiert und Stress macht. Und dein Blutwert sagt, aber du hast gar kein Eisen im Blut zum Beispiel. Weswegen es wichtig sein kann, dass man zum Beispiel Kupfer zu uns nimmt. Weil Kupfer ist wichtig für das Enzym. Das lädt sozusagen Eisen in das Enzym, welches dann lädt das Enzym, damit Eisen wieder mobilisiert werden kann. So rum. Und deswegen, ja, Blutwerte sind manchmal so ein bisschen... Verlust der Magensäurebarriere. Wie am Anfang schon gesagt, hat die Magensäure ja wichtige Funktionen. Unter anderem zerstört sie Mikroorganismen, die über den Mund, in den Magen gelangen und die schädlich für uns sein können. Die Magensäure ist sehr, sehr wichtig für uns. Salmonellen gehören zum Beispiel dazu, die ja Magen-Darm-Probleme auslösen können, Durchfall machen können etc. Das ist so wichtig, ne? Die machen eigentlich, wenn der Körper richtig funktioniert, eigentlich weniger Probleme. Es ist immer so wichtig, dass man beide Seiten sieht. Es gibt eine Fraktion, die sagt, es gibt die Infektionstheorie, also du musst bloß den Keim bekommen, dann bekommst du die Krankheit. Es gibt eine andere Seite, die sagt, nee, das Milieu ist wichtig. Und es ist viel wichtiger, wie ist mein Körper aufgebaut, mein Immunsystem, weil das entscheidet, ob sich Krankheiten bilden können oder nicht. Und ich bin da so auf beiden Seiten so ein bisschen unterwegs. Es kann doch alles beides auf eine gewisse Art und Weise richtig sein. Es kann doch auch sein, dass mein Milieu zwar stark ist, aber dass es Sachen gibt, die einfach durchgehen, weil unser Milieu darauf nicht, sag ich mal, vorbereitet ist zum Beispiel auch. Deswegen beide Seiten zu sehen ist ganz wichtig. Du wirst nicht nur krank, bloß weil du in Kontakt mit verschiedenen Mikroben kommst oder Bakterien oder Krankheitserregern, sondern auch, weil dein Milieu vielleicht geschwächt ist. Deswegen da beides ein bisschen mit im Kopf behalten. Was ich aber nicht unterschreibe, ist diese ganze Hygiene, die wir in den letzten Jahrzehnten so betreiben, wo alles steril gemacht werden muss. Als könnten wir uns davor schützen, mit Bakterien in Kontakt zu treten. Können wir nicht. Das können wir wirklich nicht. Im Endeffekt, wenn wir uns immer wieder die Hände desinfizieren oder Sachen machen, dann schwächen wir eher noch unsere Hautflora. Wir schaffen also ein Milieu, wo die Krankheitserregler viel besser im Endeffekt angreifen können. Und das sieht man ja auch in Krankenhäusern. Da gibt es ja immer diese Superkeime, die sich da aufgrund dessen, dass man da alles so sehr sterilisiert ausbilden können. Deswegen lieber wieder zurück zu Dreck essen und mit Dreck spielen, weil das nachweislich natürlich unser Immunsystem auch im Endeffekt stärken kann. Und trotzdem natürlich auch aufpassen, dass man sich in gewissem Maße auch vielleicht schützen muss, wenn das Milieu gerade nicht so stark ist. Weil es auch das Bakterium Clostridium difficile. Studien wie zum Beispiel diese hier aus Schottland zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen der Protonpumpeneinnahme, also von Magenschutztabletten, Omeprazole etc. und einem erhöhten Infektionsrisiko besteht. Da sprechen wir auch ganz oft über die Dünndarmfehlbesiedlung, die da als Thema mitgebracht wird. Dass da einfach die Magensäure nicht stark genug ist, dann können verschiedene Stoffe und so weiter den Dünndarm gelangen. Vielleicht dort auch ein bisschen Imbalance erzeugen, dort ein bisschen Verletzungen erzeugen, Entzündungsreaktionen und so weiter. Und dass es einfach viel einfacher wird, dass sich Bakterien im Dünndarm ansiedeln können, die da einfach nur Stress machen. Die gehören da eigentlich gar nicht hin. Der Dünndarm ist eigentlich nicht der Bereich, wo die meisten Bakterien und Pilze sein sollten. Es ist eher der Dickdarm. Und deshalb, das kann auch dazu führen im Endeffekt. Klostridien sind Mikroorganismen, die sich im Darm einlagern können und dort Gifte ausschütten. Und diese Gifte zerstören das Darmepithel und es entsteht eine akute Darmentzündung. Einhergehen damit Fieber, Bauchkrämpfen und typisch schleimig-blutigen Durchfällen. Da trifft er natürlich genau das, was wir auch alle mal wahrscheinlich erlebt haben. Und natürlich nehmen wir dann auch weniger Nährstoffe auf, weshalb dann, wie gesagt, die Magensäureproduktion auch abnimmt. Und dann das Ganze ist halt, wie gesagt, ein Teufelskreislauf. Und ich will nicht sagen, dass da Antibiotika nicht helfen können. Aber es gibt natürliche Sachen, die man da auch nehmen kann, mit denen ich selber persönlich Erfahrungen gemacht habe, wie zum Beispiel Oreganoöl und solche Sachen. Aber es ist am Ende eine ganzheitliche Geschichte. Wir können nicht nur jetzt auf physiologischer Ebene arbeiten und gucken, okay, was kann ich jetzt vielleicht für Medikamente einnehmen oder so. Wir müssen uns fragen, wie sieht die Ernährung aus? Wir müssen uns fragen, wie ist die Psyche? Weil die wirken alle auf den Vagusnervensystem, was im Endeffekt beeinflusst, wie viel Magensäure produziert wird. Und vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, die Magensäure auch zu stärken. Da kann man zum Beispiel Betain-HCL verwenden, da wird er bestimmt drauf zu sprechen kommen. Normalerweise ist das sowas, was man danach mit machen kann. Es gibt auch so Leute, die sagen, Apfelessig wäre super. Das hat jetzt für mich nicht so dolle geholfen immer. Aber manche Leute schwören drauf, dass man da ein bisschen Apfelessig vor dem Essen zu sich nimmt oder zum Essen. Vermischt mit warmem Wasser, also so ein Esslöffel auf dem Glas mit ein bisschen warmem Wasser und durch den Strohhalm trinken, weil das die Zähne angreift. Und gucken, dass man genug Nährstoffe bekommt, um wieder im Endeffekt die Magensäure produzieren zu können. Gerade in Krankenhäusern zählen sie zu den häufigsten Infektionen, die sich Patienten dort einfangen. Habe ich auch schon ab und zu bei Patienten erlebt. Und wenn Patienten eh schon Risikofaktoren für eine Infektion mit Clostridien mitbringen, sollte die Protonenpumpengabe kritisch hinterfragt werden. Dazu zählen zum Beispiel ein hohes Alter als Risikofaktor und eine Antibiotikatherapie. Weil im hohen Alter produzieren wir auch weniger Magensäure. Das muss man auch dazu sagen. Die Magensäureproduktion nimmt immer weiter ab, umso älter wir werden. Und wann kriegen wir Sodbrennen? Wenn wir älter werden. Also wenn wir weniger produzieren, kriegen wir eher Sodbrennen. Alter, wenn wir jünger sind, wo wir mehr produzieren, habe ich ja schon gesagt. Die Diskussion ist außerdem, ob auch eine Lungeninfektion durch PPI begünstigt wird. Das ist ja ganz interessant. Lungeninfektion hat der eigentlich, denkt man im ersten Moment, gar nichts damit zu tun. Überleben nämlich Bakterien aufgrund der Säureblockierung im Magen, können sie bei saurem Aufstoßen, also einem sogenannten Reflux, über die Speiseröhre letztlich auch in die Lunge gelangen. So einfach ist das dann letztlich. Und das ist einfach nur das nächste Zeichen. Normalerweise kommt der Körper damit klar. Wir atmen die ganze Zeit Bakterien und Pilze ein. Und damit kann man gut umgehen. Aber irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo einfach das Immunsystem vielleicht auch so geschwächt ist, durch diese ganzen verschiedenen Brände, die wir dann im Körper haben. Zu wenig Magensäure, im Dünndarm geht es ab. Antibiotika-Gabe, das Darmmikrobiom ist außer Rand und Band. Wir sind tagtäglich in einer Umgebung, die uns nicht gefällt. Wir tun Dinge, die wollen wir eigentlich gar nicht tun. Wir sagen ja, wollen wir nein meinen. Es stapelt sich alles nur auf. Und irgendwann bricht es halt dann ein. Und dann kriegst du die eine Infektion, dann kriegst du die nächste Infektion. Und es sieht so aus, als würde es halt immer schlimmer werden. Als geht es bergab. Und im Endeffekt ist es im Endeffekt auch so. Im Endeffekt, im Endeffekt. Aber da können wir auf jeden Fall was machen dagegen. Und hier sorgen sie dann für eine Lungenentzündung. Ein Zusammenhang mit einer langfristigen PP-Einnahme wurde in einigen Studien nachgewiesen. In anderen aber auch widerlegt. Die Datenlage ist also noch nicht eindeutig. Aus meiner Sicht ist es aber sinnvoll, eine Risiko-Nutzenabwägung zu machen, individuell am Patienten einmal an ihrer Situation vorzunehmen. Vor allem bei gefährdeten Gruppen nämlich, wie zum Beispiel Asthma- oder COPD-Patienten. Also die Frage ist, haben Sie schon bestimmte Vorerkrankungen an Ihrer Lunge? Und dann sollte man überlegen, braucht man das PPI wirklich so lange? Demenzrisiko durch Protonenpumpenhemmer? Eine interessante Fragestellung ist auch, ob Säureblocker wie Pantoprazol und Omeprazol Demenz begünstigen können, hervorrufen können, verstärken können. Das hat man in einer großen Studie im Jahr 2016 mit über 70.000 Patienten einmal genau untersucht. Und sie waren über 75 Jahre die Teilnehmer und hatten eingangs keine Form von Demenz. Und heraus kam, diejenigen, die über lange Zeit Protonenpumpenhemmer einnahmen, hatten ein um 44% höheres Demenzrisiko. Die armen Leute, die sind da reingegangen, die Studie hatten nichts und dann haben sie das Zeug genommen und dann 44% erhöhtes Demenzrisiko. Macht doch absolut Sinn. Im Endeffekt, wir müssen uns ja immer nur die Frage stellen, bekommen alle Organe, die wir haben, die nötigen Nährstoffe? Und wenn ich was dagegen stelle, wenn ich was tue, was das blockiert in irgendeiner Form, entweder ich esse nicht genügend Nährstoffe, weil ich die falschen Nahrungsmittel auswähle oder die falsche Art und Weise, wie das hergestellt wurde, oder ich kau nicht richtig, oder ich habe nicht genügend Magensäure, ich habe nicht genügend Enzyme, ich habe Stress und so weiter und so fort, dann riskiere ich kurz oder lang einfach, dass dieses Organ auch schlapp machen wird. Also das ist ja gar keine Frage. Es ist eigentlich sehr sinnvoll, dass das so ist. Deswegen wollen wir gucken, dass wir genug Nährstoffe bekommen. Und jetzt kommt eine ganz interessante Geschichte, unsere Vorfahren, die sehr gesund waren, und da hat Weston Price ein Buch darüber geschrieben mit 1000 Beispielen, wie krass gesund die Leute waren und was sie gegessen haben. Die haben im Endeffekt die Organe gegessen, die im Endeffekt auch vielleicht bei denen erkrankt, wenn sie mal krank waren, die Leute, die waren wirklich sehr, sehr selten krank. Also dann haben sie die Organe gegessen. Die haben sie auch gegessen, wenn sie nicht krank waren. Aber ganz oft wurden diese Organe auch roh gegessen. Warum das denn? Weil wenn man das Zeug erhitzt, dann gehen Enzyme kaputt. Und es gibt mehrere Formen von Enzymen, mehrere Gruppen, und es gibt metabolische Enzyme. Also Enzyme, die sind im Körper und die sind für verschiedene Körperfunktionen zuständig. Und wenn ich jetzt also ein Herz roh esse, da finde ich da Enzyme, die auch für mein Herz wichtig und interessant und gut und funktionsfähig sind. Deswegen kann es sein, dass wenn ich, und man hat Studien wirklich darüber gemacht, Leute, die Herzprobleme haben, die haben ein rohes Herz gegessen, und denen ging es danach besser natürlich. Diese Enzyme können nämlich aufgenommen werden, und die werden dann über das Lymphsystem in die richtigen Bereiche transportiert, wo sie gebraucht werden. Deswegen kann es sein, dass du zum Beispiel Gehirn isst, ein rohes Gehirn, viel Spaß damit. Und dann kann es sein, dass dein Gehirn sich besser anfühlt oder besser funktioniert. Es kann auch sein, dass du Leber isst, vielleicht auch roh. Das kann alles gut und schön sein, aber du kannst auch Leber kochen oder Leberpastete machen. Da habe ich ein Rezept auf meinem Kanal. Weil in Leber, Leber ist der Nährstoffspeicher des gesamten Körpers. Wenn du auf der Suche nach Nährstoffen bist, weil du jetzt gehört hast, okay, ich brauche viel Nährstoffe, Leber ist dein Ding. Brauchst du aber aus Weiterhaltung. Die Kuh muss gesund gewesen sein, die muss selber nährstoffreich gegessen haben und nicht im Stall ein jämmerliches Dasein gelebt haben. Dann brauchen wir es auch nicht essen. Die Autoren der Studie halten zwar weitere Untersuchungen für notwendig, das ist ganz wichtig, das ist kein abschließender Bericht oder Zahl, um einen aussagekräftigen Zusammenhang herzustellen. Aber diese Zahl lässt zumindest natürlich aufhorchen. In Tieruntersuchungen hat man schon beobachtet, dass unter PPI-Einnahme die Beta-Amyloid-Ablagerungen zunehmen. Die sind ja entscheidend bei einer Demenz. Und diese Ablagerungen finden in Nervenzellen statt und man bringt sie ja in Zusammenhang mit der Entstehung von Alzheimer, also einer Form von Demenzerkrankung. Das Tierexperiment deutet demnach auch auf den Zusammenhang Protonenpumpenhemmer und Demenzen. Also es gibt schon den ein oder anderen Hinweis, dass das hier ein Zusammenhang besteht. Sind PPI sogar tödlich? PPI könnten das Sterberisiko erhöhen, und zwar indem sie das Risiko für einen Schlaganfall steigern. Dazu kommt eine Studie des Jahres 2018. Also insgesamt erstmal, wenn, wie gesagt, wenn Nährstoffe einfach nicht genügend aufgenommen werden können durch diese Magensäure und alle anderen möglichen Erkrankungen entstehen können, wie Dünndarmfehlbesiedlungen und so weiter und so fort, wodurch dann auch Leak gigant entstehen kann und dadurch auch Autoimmunerkrankungen, dann natürlich und dann absolut. Also da brauche ich gar keine Studien mehr. Das macht eigentlich schon auf der Hand Sinn, oder nicht? Sie beobachtete erlittene ischämische Schlaganfälle unter langfristiger PPI-Einnahmen und das Ergebnis war, diejenigen, die Protonenpumpenhemmer einnahmen, hatten ein höheres Risiko für das erstmalige Auftreten eines Schlaganfalls. Das konnte man zum Vergleich bei H2-Antagonisten, also einer anderen Medikamentengruppe, nicht beobachten, die hier ein ähnliches Einsatzgebiet haben, die man auch nimmt bei Magenbeschwerden. Auch beschreiben die Autoren einen Zusammenhang zwischen der PPI-Dosis und dem Maß der Risikoerhöhung. Und diese Studie wirft also die Frage auf, wie sicher sind Pantoprazol und Co. im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, im Hinblick auch auf Schlaganfall etc. Sind PPI indirekt tödlich? Das ist die Frage, die mit der Studie ja herauskommt. Natürlich hat jede Wirkung auch ihre Nebenwirkungen. Aber diese hier wird sicherlich in den nächsten Jahren auch weiterhin die Forschungswelt beschäftigen, bis ein definitiver Zusammenhang hergestellt oder widerlegt ist. Ja und bis dato wirst du wahrscheinlich von dem Arzt noch zu hören bekommen, dass es mit Pantoprazol gar keine Probleme gibt. Dass das alles subidoll ist und dass du einfach nehmen kannst. Machen Sie sich keine Sorgen, nehmen Sie einfach meine Tabletten, machen Sie genau das, was ich Ihnen sage. So wie es mir damals immer gesagt worden ist. Davon halte ich nichts. Deswegen gibt es diesen Kanal. Und wir sollten auf jeden Fall hinterfragen, alles was wir an Medikamenten benutzen, können wir gerne und sollten wir immer hinterfragen. und auch selber mal ein bisschen nachforschen und gucken. Damit meine ich nicht, dass du alle Medikamente sofort absetzen solltest. Manchmal sind die wichtig, um erstmal okay zu sein, sage ich immer wieder. Aber wir sehen ja, was für Schwierigkeiten es damit geben kann. Wichtig für Sie. Säureblocker wie Omeprazole und Pantoprazole sind gut wirksam und kurzfristig eingenommen, auch allgemein gut verträglich. Sie sind wirklich wichtige Medikamente. Das will ich an dieser Stelle auch betonen. Bei bestimmten Erkrankungen sind sie ein Muss zu haben. Zum Beispiel beim Sodbrennen auch, um Speiseröhrenkrebs zu verhindern. Und wie gesagt, sie sind gut verträglich. Das weiß man. Und deswegen werden sie bei Magensäure-assoziierten Krankheiten auch gerne und relativ leicht verschrieben. Man sollte sich aber sowohl als verschreibender Arzt natürlich, wie auch als Patient fragen, besteht ein wirklicher Grund, den Einsatz des Protonenpumpenhemmers zu rechtfertigen. Und vor allem ist die Therapiedauer angemessen. Das ist das große Thema. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass PPI, Beeinnahmen über langen Zeitraum nicht so harmlos sind, wie man am Anfang gedacht hat. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Genau. Wenn das Video gefallen hat, bitte gib mir einen Daumen nach oben. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, weil es natürlich weiterhin untermauert, was ich eh schon wusste. Das gefällt dem Ego immer besonders gut. Aber das habe ich ja schon in verschiedenen Büchern gelesen und es ist für mich nichts Neues mehr. Pantoprazol ist einfach auf lange Sicht nicht dolle, weil es unterdrückt körperliche Funktionen. Deswegen wollen wir so schnell wie möglich in eine Richtung kommen, wo wir diese ganzen Geschichten nicht mehr einnehmen müssen. Und ich stehe hier für die Sache, für diese Ansicht, dass wir doch im Endeffekt am besten so leben wollen, wie es am gesündesten für den ganzen kompletten Körper wäre, um die Magensäureproduktion zu unterstützen. Also wollen wir genug Nährstoffe aufnehmen. Wir wollen aber auch ein psychisches Umfeld schaffen, in dem wir wenig Stress haben. Stress beginnt da, wo du Ja sagst, obwohl du Nein meinst. Genau da beginnt das. Und das beginnt manchmal schon sehr früh und auch passiert sehr oft am Tag, wo man das macht. Deswegen habe ich ein E-Book, ein kostenloses erstmal. Das ist so ein Einstieg in diese ganzen Faktoren, die im Endeffekt Kronen, Colitis und so weiter negativ beeinflussen können, beziehungsweise welche Schritte du einleiten kannst, damit du diese positiv beeinflussen kannst. Das gibt es kostenlos auf meiner Website. Ich würde mich, wie gesagt, auf dem für einen, über einen, über die richtige Präposition, über einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Subscriben kannst du auch, würde mich auch sehr freuen. Und lass mal in den Kommentaren hören, was du zur Erfahrung mit Pantoprazol gemacht hast und ob du das gerade noch benutzt. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und mach's hübsch.